so okay so und wir können auch gleich noch eine andere Quest annehmen wird leider das Spiel noch zehnmal verlängern Reiter wirklich ja peulig hat er erst sehr schlau verkaufen ausrüstung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt hat er mir Angst gemacht ok kaufen m 3 ok hier schildes hier 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 so angriff krieger badet die priester der krieger braucht unbedingt ein schild dann gebe ich dir mal ein schild dieser protokollet schild dringend um aber egal es war irgendwie dumm aber aber weißt du was wenn ich schon so warte ich suche ich guck mal wo die anderen festgeber sind zwischen quest welche quest brauche ich 5 6 6 so dort im oberen bereich der burg von friedrich dann müssen wir im oberen bereich mutter vater ich habe geschlossen dem begehren des ritters nachzugeben und nein sie monat bitte nicht schluss da gibt es doch nichts zu heulen durch törichtes weib ich werde ding style ach je ihr bein bringt mich doch ins grab da ist ja mich ja ich habe euch gewartet auf euch gewartet vor lauter und geduld hat es mich kommt auf dem traum geht drohen gehalten bis jetzt mache ich das das im oberen bereich der burg oder meinte der hier ungefähr der schwarze ist nicht zurückgekehrt er hat es wohl ernst gemacht dass es stimmen sie warten wollte im oberen bereich der oder oder ne das ist ja nicht mal im oberen bereich und 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 ich habe keine haben das geht hier geht es noch ja hallo vielen dank für eure hilfe beim letzten mal da fällt mir noch mehr ein wo ihr schon da seid würde ich euch gern um einem weiteren gefallen bitten in engelsfeld gibt es eine medizin die gut gegen kopfschmerzen sein soll könntet ihr mir wohl da etwas davon versorgen famos ich weiß es ist viel verlangt ich habe einen händler gefragt aber der sagt man bekommt das zeug nur in engelsfälle ich saß richtig in der patch das kann ich euch sagen ihr tut mir wirklich einen großen gefallen ach wie fein die mission zu tränen gerührt zu sein so mission jetzt habe ich 1 2 3 3 finde ich in ok in der kirche von stingsbrunn 1 2 3 4 man mit brille er fand wunder weil es vor allem nicht wurde 1 2 3 4 5 ok die anderen sind noch ein sind auch noch ein dingster ein mann mit brille und in der kirche 1 4 14 minuten schon das geht gar nicht in der folgenden mann mit Brille von Burna er heißt so ich muss rumsuchen auch wenn ich schon finden wie gesagt ich bin immer noch zu schlapp für ein richtiger kurzgebiet also würdet ihr mir noch ein paar eurem besten gesten zeigen und mir dabei zu helfen also gut dann macht eine priorite klatscht in die hände springt hoch und zeigt mir dann die feuer was könnt ihr das ihr könnt der richtung unter dem steuerkreuz bis zu vielen gesten zu weisen so können alle vier in den in einem rutsch ausgeführt werden versuch das mal eine bretter einmal klatschen einen sprung in luft sprung und dann die freude hat auf welcher taste ist es kann man wo noch mal einstehen hier ging verschiedene gesten zu weisen so warte da muss ich kurz hier schöne gesten piorette piorette da freuden klatschen 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 luftsprung und freuden vorst freuden vorst beiden vorst luft die piorette klatschen 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 luftsprung er könnte eine piorette einmal slatschen einmal hochsprüngen und freuden vorst piorette klatschen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Boah, das ist doch eklig Boah, das ist doch eklig Boah, das ist doch eklig Boah 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 Ah, Mann. Sochro eklig, Mann. Vielen Dank. 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 Bye. Okay. Bye. 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 kette die wird wohl so einiges wert sein möchte möchte ich wetten angeblich hat die prinzessin eines anderen reiches ist die mitgebracht als sie hierher verheiratet werden sollte ach komm schon bei der debsen tafel boah ich bin doch so ein idiot debsen tafel und das ist was vielleicht der da m nach klar er sorry und bei den depths in was spotter nach okay das eine kann man ja noch verstehen tafel aber die steppsen was ist das wahrscheinlich 1 warum das hätte man noch besser beschreiben können mit euch später ach kein plan dann beende ich schon mal und dann sehen wir uns beim